Ich lese meine SMS, wenn ich noch im Bett liege. Ich habe viel zu tun und schlafe nie aus. Ich schlafe viel zu tun und schlafe nie aus. Heute sind viele Konzerte zu teuer für mich. Ich schlafe sonntags aus. Ich schlafe sonntags aus. Wir gehen wöchentlich in die Oper. Hanna will nie weniger als eine Meile laufen. 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 Mein Sohn läuft sehr gut Eis und spielt auch Hockey. Dieses Jahr hat es nicht viel geschneit. Dieses Jahr hat Dieses Jahr hat es nicht viel geschneit Es nicht viel geschneit Mein Sohn läuft sehr gut Eis und spielt auch Hockey. Das Jahr hat es nicht viel geschneit Hast du die Videos mit einem Handy gemacht? Hast du die Videos mit einem Handy gemacht? Ich fühle mich fantastisch! Wenn ich ausschlafe, frühstücke ich nicht. Ausschlafen Ausschlafe Ich bin froh, wie ich weiß. Und zwar Vielleicht ist es so wichtig. Ich bin froh, wie es geht. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Meine Familie lacht. Wieder über meinen Ex-Freund. Mia fühlt sich furchtbar. Als du jung warst, hast du oft Saft getrunken? Als du jung warst, hast du oft Saft getrunken? Als du jung warst, hast du oft Saft getrunken? Mein Opa war Bauer und hatte immer Angst vor Vögeln. Als du jung warst, hast du oft Saft getrunken? Mein Sohn freut sich über die Schokolade und das Eis. Das letzte Konzert war echt super! 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 2 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein Sohn läuft sehr gut Eis und spielt auch Hockey. Wenn es nicht zu kalt ist, fahre ich Snowboard. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Sommer laufe ich nie Eis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020